hallo da draußen am fernegerät am handy am laptop oder wo auch immer du diese folge guckst ja ich war jetzt vor dieser aufnahme im feuerband frei und habe meine über 30.000 punkte mal kurz ausgegeben habe aber nur meine ausdauer erhöht mehr konnte ich machen und wieder hierher zurück gelaufen so jetzt bin ich wieder hier und hat mir mal vorgenommen bei diesen ein riesen da unten mal lang zu gehen aber erst mal muss ich hier an diese alte vorbei da falls rund daher genau so nicht moment das war so okay das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen ich wollte nicht hier runter fallen jetzt muss ich wieder nach oben kommen alles klar warum bekomme ich diese türen noch nicht auf das sind zwei türen da unten und beide gehen nicht auf das ist merkwürdig so was schlürft denn da unten rum ach das ist kämpft doch mal dagegen einander oder so zusammen irgendwie aber machen wir nicht hi vorbei ah vorsichtig aua das tut doch weh einfach mal so feuer hinten rein ey aber na gut ich wort hier sowieso runter so okay okay mal hier und da aua man so du bist auch noch was ab hier so so meine fresse hm jetzt muss ich ja wieder hier durch wenn ich zum riesen will ähm oder hier geht es ja auch runter genau dann mache ich doch das hier oa okay versuchen wir es aua ich habe ihn wach gemacht das wollte ich jetzt auch nicht aua trinken versuch zu trinken nein ich kann nicht trinken äh okay hm hm wieso liegt denn da was vor dem riesen man weiß es nicht gut ich habe ausversichtlich auf seine hand gehauen das wollte ich nicht äh ich habe ja letztes mal was letztes mal oder davor keine ahnung irgendwie so einen komischen helm bekommen den wollte ich einfach mal aufsetzen weil das heißt ja dann den hat man so lange bis man drauf geht äh dieses brenneisen habe ich von ja diesen taten hier bekommen und ich habe es ja nochmal erhöht hier weil ich mal gucken wollte wie das ist genau das habe ich gerade ganz kurz noch gemacht äh wo ist denn hier sind diese helme ne hier ist das nicht mit bei viele anfuhr und so weiter warte mal wo ist denn jetzt war der hier mit bei ring äh ne ring war das ja nicht hm warte mal wo war denn jetzt dieser komische Kopf ähh da sieht man wieder dass ich es einfach nicht finden kann äh äh der war kann ich das da aufsetzen oder was ich muss das doch irgendwie benutzen können aber hier ist jetzt nichts benutzen das ist dunkel warum ist das dunkel kann ich das so aufsetzen ne da gehen ja nur diese Sachen äh kann ich das hier unten irgendwo benutzen ich nehme das hier mal raus äh 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 ich benutze erstmal hier äh warte mal die drachen wenn ich das so mache dann dann habe ich ok den jetzt warte mal einmal einmal drachen dings äh 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 ähm einmal blut so kann ich das den Kopf hier irgendwie benutzen ne kann ich nicht benutzen komisch wieso geht das nicht und normal aufsetzen kann ich den auch nicht wozu habe ich den dann hm merkwürdig wieso kann ich den nicht benutzen nicht im inventar und nicht so zum aufsetzen und überhaupt oder kann ich den nur da benutzen wo ich den gefunden habe geh weg brenneisen oma hier oh ne maske wieder ne maske jetzt habe ich zwei davon bämm und bämm und nochmal zack mhm genau mach dich blau dann siehst du nicht so böse aus äh komm her du ja alter und der kotzt bäh man lass mich doch mal zum ja ist das gut alter die sind so klein und so schwach und machen so viele Fragen äh na gut ich geh dann hier durch ähm dann muss ich mal gucken ob ich den da benutzen kann ob ich den gefunden habe wenn das hier nicht geht gut gut der fällt mal eben ganz einfach runter ja moment jetzt schieß doch mal da ja au ok so weg mit dir nach bis nach map oder s die 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 das war da hier Nein, der hat mich überhaupt nicht getroffen, der Heini. Ja, wegkommt. Ja, Alter. Okay. Man darf noch nicht einmal ein bisschen auf seine Hand fallen. Na schön. Ah, jetzt bin ich wieder hier, wo ja noch eine Kiste ist. Oh. Und dann war hier. Genau, aber wo kam ich da jetzt noch einmal hin? Na, statt runterfallen, könnte man auch vielleicht dieses Mal die Leiter benutzen, oder nicht? Äh, boah. 20 Minuten später und wir sind hier. Ähm. Ja, da liegt auch noch was. Da muss ich aber anlaufen nehmen. Warum ist denn hier kein Feuer, Mann? Das ist doch... Ach, Mann, ey. Okay. Ihhh. Das gibt heiße Hände. Total verbrannt, aber nein. Ich glaube, hier habe ich schon mal gegengehauen, aber... Nix. Keine unsichtbare Wand hier. Und ich kam dann von da unten, genau, wo der Riese. Und hier waren die Ratten. Dann nehme ich erst mal die hier weg. Da kommen auch noch welche. Ja, dann kommst du erst mal her. So, ein Schlag einmal weg. Aua. Lass es doch nach. Was kommst du denn um die Ecke? Kommt ja schon wieder eine. Oh, oh. Riese, Riese, Riese. Eine große Titanic-Hörbe. Aua. Nein, hau nicht den Riesen. Mann, lass das. Lass mich doch mal in Ruhe hier. So, was haben wir hier? Gottlose Flamme. Aua. Okay, jetzt müssen wir einmal was trinken. Das wird jetzt noch zu gefährlich. Gottlose Flamme. Nein, 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 die... Komm her, komm. Ja. So. Aua. Aua. Mann. Diese doppelten Angriffe hier. Okay. Ich glaube, die kommen hier ohne Ende. Dann hoffe ich mal, dass hier jetzt... Ach, das sieht nach einer Falle aus, oder? Ne, Fahrstuhl. Wo fährt der denn jetzt hin? Runter, das ist mein Lift. Ne, der fährt sogar hoch. Hallo? Wo geht's denn hin? Ach, guck mal. Das ist doch jetzt... Äh, wie lustig. Gut. Das ist also hier so ein Rund... Aha. Schön, jetzt habe ich das nicht so weit. Geht's wieder abwärts. Wo ist noch was? Hier am Rande. Ne, das ist nur... Das ist ja nichts. Das ist auch nichts. Hm, gut. Dann geht's jetzt hier nach oben. Zu der Kiste. Ei. Ja. Ja. So. Ah. Noch eine kleine Seele mitgenommen. Oh. Na gut. Haau. Fuck. Ich weiß nicht. Äh, na die, da, da, da. Bäh. Da darf man nicht reinfallen. Das Loch ist böse. So. Kiste, kommst du mit oder... Willst du dich dann oben wieder hin? Auch hier wieder auf die Ratten achten. Wir sind nämlich Ratten scharf, ey. Hahaha. Ah. Ich und meine Flach... Okay. Witz. Die... So. Und jetzt... Liebe Kiste. Nein, du bist nicht lieb. Ja. Hm, hm, hm. Hi. So. Peck mich hier. Aua. Ja. Au, alter, die. Okay. Ich bringe nach dem Feuer. He, 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 he. Kann man mal sehen, was die Kiste mit einem Fußtritt abziehen kann, ey. Wahnsinn. Und wenn ich bei ihr stechen tue von hinten, ey, dann nur so'n kleinen Zipfel, ey. Wo sind denn meine Pünktchen, meine Pünktchen, meine Seelen? Da, 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 da. Auf dem Karussell fahren alle gleich schnell. Ach, wieso liegen die denn da hinten? Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Na ja, man weiß es nicht. Vorsicht. Sonst sehe ich nichts hier, wenn das so'n dick auf... So, bist du noch da, Kiste? Ja, die ist noch da. Haben mich Ratten ver... Ja, mich haben Ratten verfolgt. Natürlich. So. Ach Gott. Also schön. Warte mal, ich kann mal... Ne, das nicht. Das kann ich mal versuchen. He, he, he. Was sagst du hier, du, Kiste? Ähm, gar nichts sagt ihr dazu. Noch weniger. Ja. Ich lass mich auch kaprieren, wenn du bald nicht mehr da bist, Kiste. Mua. Kann ich dich in die Falle locken? Äh. Wo? Oh, was ist denn mit dir los? So. Weg ist sie. Genau. Immer hab ich hier die Punkte bekommen. So, ich lieg natürlich da unten was und ich hab keine Ahnung, ob das von der Kiste ist und wenn ja, was das da unten ist. He, he. Egal. Hauptsache, ich hab die Seen von der... Äh, Kiste bekommen. Man hat ja meistens wieder nur irgendwie eine Titanil-Färbe eine oder... Ja, was anderes, was ich schon ein paar Mal habe. So. Halt. Nein, die Leiter aber hier. Jetzt will ich mal sehen, ob ich das eine auch noch holen kann. Ähm, genau das da. Ähm, genau das da. Dafür mach ich mich mal halt wieder leichter. Alles ausziehen, was ich habe. Äh, Schwert ablegen. Nein, Getränke brauch ich nicht ablegen. Äh, ich wollt hier die Rüstung ablegen. Und das, was ich anhabe, das macht der Gewicht. So. Ähm, Schwert lege ich auch mal ab. So. Laufen. Joll. Blitzbolzen. Neun. Okay. Blitzbolzen. Na gut. Äh. Äh. Lalalalalala. So, wo ist denn? Hier unten war das, ne? Ja. So. Ähm, Schild. Schild. Habe ich dieses hier. Plus vier. Ähm. So, mal sehen, die Rüstung. Nehme ich mal die jetzt hier. Und. Ne Hose oder was. Mache ich das mal. So. Genau, das sind jetzt die hier, die mich hier auch immer fertig gemacht haben. Ähm. Bitte was? Bist du befeuert? Hehehe. Die befeuert dann durch das Fenster durch. Durch die Öffnung. Okay, jetzt muss ich. Help. So. Den Riesen will ich jetzt nicht machen. Auch wenn der gute Punkte geben würde. Aber. Der ist mir im Moment doch noch ein bisschen schwer. Da reichen meine ganzen Pfeile nicht aus. Und dann wird es auch sowieso wieder ewig dauern. Ja, gleich doppelt. Alles klar. Was war denn das für eine Sache? Oder haben wir... Puh. Ich wollte eigentlich was trinken. Aber. He. Die muss ich ja noch auswählen wieder. So. Einmal da. Dann habe ich mir mal ein Blau mitgenommen. Gut. Habe ich jetzt einmal was verbraucht. Ja, ne Glut. Aber. Mein Gott. Wir haben es ja. So. Ähm. Der geht da nicht aus dem Weg. Da könnte man vielleicht ein bisschen runterrutzen. Oder so. Äh. Ich weiß nicht. Äh. Hallo. Kannst du mal eben kurz ein bisschen Platz machen? Danke. Jo. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Oh. Hallo Ratten. Wieso sind denn hier drei auf einmal unter... Wieder drei. Wo kommt ihr denn alles plötzlich... Lass mich doch mal hauen. Alter. Vor dir 20 mal am drücken. Irgendwie kann ich nicht hauen. Weil da sechs Ratten auf mich lauern oder so. Ähm. Ich glaube hier oben ging es nicht weiter, ne? Will ich was. Da gab es nur die Kisten. So. Genau. Dann kommen jetzt da meine Freunde an. Die lasse ich einfach mal hier liegen. Oder hüpfen. Wie auch immer. So. Hier gab es noch Ratten. Du kannst mal aus dem Weg gehen. So. Die Rede nehme ich doch noch gerne mit. Sag mal. Verpässt du hier nicht die ganze Luft, Mann? Mit deinen Glubsaugen. So. Genau. Dann war ich hier durch. Und dann kam ich da hin. Genau. Vielleicht kann ich hier den Drachen-Dings benutzen. Hm. Merkwürdig. Die Dinger gehen nicht kaputt, oder was? Das ist so. Gut. Mal gucken. Äh. Kann ich den dann irgendwie so benutzen jetzt, oder? Nee, da geht es nicht. Äh. Äh. Du erhältst einen Drachenkörper und krollst wie ein Drache. Kannst zum Tode nicht rückgängig gemacht werden. Muss ich ihn nur aufsetzen können. Äh. Kann ich auswählen, aber nicht benutzen. Das soll mal einer verstehen. Verstehe ich nicht. Hä? Der ist jetzt zusammengerollt, der ist zusammengerollt, der Drache sitzt zusammen, oder irgendwie. In der Ecke sitzt jemand und hier ist ein Teppich und der ist frei. Würde sagen die auch einfach nur auf den Teppich entsetzen. Äh. Na ja. Teppich entsetzen. Äh. Hinter. Habe ich aber was vom Hinter ist Ruhen. Reicht das, wenn ich hier auf Ruhen gehe? Okay. Immerhin sitze ich ja auch dann. Hm. Kommt aber nichts. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne. Und mit dem Helm kann ich auch nichts machen. Hier ein Inventar aussuchen. Äh. Was ist denn jetzt los? Wieso kann ich das ja nicht benutzen? Wenn ich sitze, geht das nicht? Äh. Bei Helm geht's ja nicht. Äh. Ich versuch's nochmal. So. Setze ich mich nochmal hin. Aber kann den Helm ja da nicht benutzen. Äh. Komm ich ja... Steht doch normales wieder auf. Geht nicht. Keine Ahnung, ob ich den Helm oder was das Sample nutzen soll. Geht überhaupt nicht. Wieder so. Noch eher woanders. Hm. Ähm. Puh. Wo kann ich denn jetzt noch hin? Ähm. Da ist kein Hebel. Ach der ist hier draußen. Ähm. Der eine bringt mich zum Feuer wieder zurück. Und der hier war jetzt auch einfach nur wieder nach oben. Das geht da auch, ja. Das ist aber dann hier. Dann komme ich hier im Kerker wieder an. Puh. Ja, 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 ihr sollt leicht die Gegner waren. So. Äh. Lauf, lauf, lauf. Läuft das Feed da rein. Ja, super. Ah, toll. So, und hier komme ich dann wieder dahin. Würde ich dann wieder den Weg zum Riesen hinkommen. Das geht hier einmal in die Runde. Hier geht es dann zum Kerker. Der andere Weg oben ist zum Kerker. Und, äh, da hinten geht es nach den Riesen wieder hin. Aua. Aber wie kommt man denn da hinten hin? Oder da unten runter? Hier ist doch keine Leiter oder sowas. Kein anderer Weg. Nö. Wie kommt man denn da runter? Hä? Ich renne hier dauernd in die Runde rum und das andere mit dem Riesen... Ja, doch, du Arsch. Und trinken. Das ist seltsam. Hier komme ich nicht rüber. Aber das ist auch ein Weg. Wie komme ich denn da hin? Man sieht immer Wege, wo man gar nicht hinkommt. Keine Ahnung, ob ich da hinkommen soll. Ach, Mann. Da sind die wieder. Auf die habe ich gar keine Lust, ey. Da komme ich zum Riesen hin und... Bei den Riesen nach unten, da ist dann die eine Ecke mit der Kiste. Da komme ich nicht weiter. Auf der anderen Seite, dem Weg, komme ich nicht weiter. Und andere gehen in die Runde rum. Merkwürdig. Wie komme ich denn da runter und auf diese lange Brücke rüber? Und auf den anderen Weg? Ich kann diesen Helm oder was sein, sondern ich benutzen. Hier verstehe ich jetzt gar nichts mehr. Das geht nur in die Runde. Ja, ist gut. Merkwürdig. Das sind die alten Tanken. Und auf der anderen Ecke habe ich noch zwei Türen, zwei Zellen, die ich nicht aufbekomme. Seltsam. Wo geht es denn noch hin von hierhin aus? Da oben war auch nur was am Einsammeln. Verstehe ich nicht, was das hier soll. Da geht es nicht weiter. Da kann man nichts machen. Und hier ist nur die Ecke mit den Riesen und dann die alten Tanken. Und hier war ich auch schon überall durch. Seltsam. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo ist da noch hingehen? Oh Gott, da sind so viele wieder hin. Na, nee, lass ich mal. Na, komm her, komm. So, weg mit dir. Oh Gott, ey. Wenn du von hier überall warst und es keinen anderen Weg mitgib, ey. Was hast du denn da suchen? Ja. Merkwürdig. So. So was finde ich immer komisch. Oh, vorbeigehauen wir mal wieder malen. Du brauchst dich gar nicht erst umdrehen. So. Piks. Oh. Der war daneben. Okay, ich trinke einmal was. Gut, warte mal. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich den hier kriegen kann, ey. Den Typen. Oh Gott. Ach, da ist ja noch eine. Du kriegst mich nicht, Mann. So. Können wir hier auch machen? Nein. Da war ja verschlossen. Da ist verschlossen. Ich wette, das geht nur bei diesem Rotaugen-Typ, ey. Hallo. Siehst du mich? Oh Gott, die sind so stark, die Viecher. Aber ich glaube, dass es hier dahin geht, wo ich hin wollte, ne? Genau, hier geht's runter. Zu dieser Brücke und in das runde Ding da. Aber sieben Getränke? Ich weiß ja nicht. Wer weiß, was da ist. Sieht mir so gefährlich aus. Und hier habe ich den starken Typen und... Ihr muss gucken, was hier ist. Hi. Du bist frei. Du bist kein Gefangener mehr. Oh, Mann. Im Sumpfgebiet, äh... Ne, nicht im Sumpfgebiet, in den anderen... In dem Wald, da... Da waren die auf uns so gefährlich. Hallo. Du bist frei. Ich glaube, der ist sauer. Renn nicht vorbei. Komm doch raus an die Luft hier. Komm. Ja, jetzt bist du draußen. Aber warum schreit er denn immer so, Mann. Ja, hu, hu. Komm. Kannst auch hier hin. Ja. Ja. Auweia. Vorbei. Wow, wow, wow. Die halten immer noch so viel aus. Nein. Wo springst du denn hin? Okay. Und du gibst da noch so wenig Punkte, ey. Trotzdem, wo du so viel aushältst. Halleluja. Äh, okay. Warte mal. Der Lift, der war ja jetzt auch irgendwie näher dran, ne? Ah. Gibt es da noch einen besseren Weg hin? Ich weiß das nicht. Guck mal, da ist auch noch... War ich da unten schon? Bei der? Wo soll das denn sein? Weiß ich gerade nicht. Warte mal. So, ich weiß, dass das hier unten irgendwie zum Lift hinging. Wow, was hier abgezogen wird. Ja. Du scheiß Ratte, die trifft mich gleich doppelt, ey. Warte mal, irgendwo war hier ein Lift. War das hier die Ecke irgendwo? Ach, ihr blödende Ratten, ey. Nee. Hier waren immer so viele Wege. Ach, Gott, nee. Warte mal. Das war die Ecke mit der Kiste und dann war die anderen oben, ne? Ah, sie sind die gleichen Wege und keine Ahnung was. Kann man sich immer nicht merken. Ja. Nee. Das war hier. Äh, hallo? Keine Leiter mehr? Nee, das war da, da kam ich aufs Dach raus. Wo war denn jetzt der Fahrstuhl nach dem Leuchtfeuer hin? Äh. Kann man sowas immer nie merken auf die Schnelle. Dauert immer ein bisschen. Äh. Äh. Das war doch, oder was, hier durch? So viele Wege führen nach oben, äh, zum Leuchtfeuer. Okay, hier war das dann. Ich hab hier keinen Hebel. Oder ich seh keinen im Moment. Ich seh nix. So, weg mit euch. Moment. Hä? Hebel ziehen? Ach, da, ganz in der Ecke. Mann. Wie kann man sowas denn nur so verstecken? Äh, okay. Dann werde ich am Leuchtfeuer erstmal die Folge beenden. Und dann kann ich jetzt hier lang, ne? Oder wie war das jetzt wieder? Ja, oh Gott. Ähm. Da unten, ne? Naja, gut. So, ich glaube, ich werde jetzt hier irgendwie Fluss machen. Und dann kam ich hier runter. Und dann ging es da den anderen Weg raus, den ich jetzt neu gefunden habe, ne? Gut, ich muss mal sehen. Bis zu dieser Folge sage ich danke, dass du dabei warst. Und dann bis zur nächsten Folge. Hau rein. Haha. Bye, bye.